Ich habe in diesem Video über 3000 Robux jetzt schon fast ausgegeben. Guckt doch mal auf den Bildschirm, Mann! Ha! 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 Ich habe sie gerade gesehen, Danja! Oh mein Gott! Nein! Yo! Was? Läuft? Leute, herzlich willkommen zu Murder Mystery 2. Ich habe heute ein Experiment vor. Ich habe in den Kommentaren etwas gelesen, Danja. Ich glaube, wir haben über Jahre Murder Mystery völlig falsch gespielt. Also nicht falsch gespielt, aber unseren Wert auf etwas ganz Falsches gelegt. Also, in letzter Zeit habe ich ja viele Kisten geöffnet. Und ich habe jetzt gesehen, auch in den Kommentaren, und ich habe mich ein bisschen schlau gemacht. Also, Claudio und Danja sind heute dabei, by the way. Es gibt Messer und Pistolen, die haben sozusagen die Seltenheit göttlich. Und die sind bei einer Wahrscheinlichkeit von 1 in 500 Kisten zu finden. Die werden nicht angezeigt, aber es besteht immer die Möglichkeit, dass die halt kommen. Und wenn man die wohl bekommt, ist das wohl richtig heftig. Es gibt zum Beispiel, gibt es Slasher, es gibt Heat, es gibt Shark, es gibt Laser und ganz andere Sachen. Und die gibt es in allen Boxen und Kisten. Und natürlich immer eine sozusagen in der jeweiligen Kiste. Und ich habe noch ein bisschen was an Robux. Und ich werde heute all meine Robux ausgeben und gucken, ob ich da was finde. Okay. Okay, cool. Aber wie willst du das denn wissen, wenn das überhaupt nicht angezeigt wird? Das wird dann angezeigt. Also, es kann sein, dass in einer Box von 500 ist halt sowas drin. Das wird offiziell nicht angezeigt. Das ist sozusagen versteckt. Verstehst du? Ja. Also, aber du siehst das dann schon bei dir im Inventar, wenn das da ist, oder? Ja, natürlich. Ich meine, jetzt gerade kann man es nicht sehen. Aber natürlich hat man das dann auch. Hast du es nicht verstanden, Danja? Ja, ich glaube dir nur irgendwie nicht. Guck selber, guck selber. Ja, zeig mir den Kommentar. Nicht den Kommentar, such mal Murder Mystery 2 Godly Weapons oder so. Dann wirst du das schon finden. Was macht denn am meisten Sinn zu öffnen, Kahn? Also, ich finde Mystery Box 2 hat so zwei coole Waffen. Und das sind zwei, deswegen versuche ich das mal. Aber warte, öffnest du jetzt gerade oder spielst du jetzt? Sowohl als auch. Also, wir spielen und öffnen. Okay. Mystery Box 2, also. Die kann man hier halt nicht sehen. Oh, das ging schnell. Da hatte bestimmt jemand eine göttliche Waffe und hat direkt... Ja, es ist halt nur, äh, es ist halt der Skin, ne? Also, die Fähigkeit bleibt die gleiche. Blaster, ich glaube, das ist sogar eine. Wie, das ist eine was? Was rede ich denn hier die ganze Zeit? Ehrlich, ihr macht es einem auch manchmal richtig schwer. Wisst ihr das? Ja, aber du sagst, das eine was? Eine göttliche? Was ist das denn jetzt? Ja, es gibt sogar... Übergöttlich gibt es noch zwei weitere Stufen, glaube ich. Aber dem kommt man halt, wenn man so gute Leistungen oder bei gewissen Events dabei ist. Ja, und ich frage, das ist was? Weil du sagst ja, das ist eine. Ja, was? Es könnte eine Pistole sein. Du siehst es doch. Guck doch mal auf dem Bildschirm, Mann. Ich sehe doch nicht, was du da siehst. Nein, das war gerade von allen zu sehen. Und die haben dann auch irgendwelche speziellen Kräfte oder was? Ich mache dieses Video alleine. Haben sie nicht, Daniel? Es geht nur um den Skin. Ach so, ich dachte, die können irgendwie was Cooleres. Ich hätte dieses Video alleine aufnehmen sollen. Ja, wenn du das nicht erklären kannst. Guck mal, wenn dir zwei Leute sind, die nicht... Doch, ich kann es erklären. Aber diese Frage so, hö, was? Wie? Ich glaube dir nicht. Also, lass mich mal so sagen. Wenn dir zwei Leute sind, die nicht verstehen, wovon du redest, dann musst du es besser erklären. Also, das Erste, was du gesagt hast, war, ich glaube dir nicht. Ja, stimmt. Aber Kahn, das ist jetzt nicht weit her, dass man die Sache nicht glaubt, oder? Ja, aber ihr könnt es ja selber sehen. Oh, ich habe einfach, ich habe dafür Legendary gerade aus Mystery Box 2 bekommen. Ist auch okay. Oh, nee, hier ist der Imposter. Der Imposter ist hinter mir her. Ja, wer ist es? Ich bin Sheriff. Danja ist es. Ich bin es aber nicht. Nein. Doch, doch, Danja ist es. Doch. Claudio, lass es. Nein. Es ist diese Person. Es ist die Person mit so Blumen und so einem pinken Oberteil und so einer blauen Hose. Kahn, sie fäppelt dich. Sie ist in diesem Gemeinschaftsraum, Kahn. Oh, ist das schlecht, Kahn? Ist das schlecht, Kahn? Ist du tot? Du kannst auch nach hinten schießen, Kahn. Oh. Hä, ich habe sie noch erwischt? Nee. Hat sie denn dich erwischt? Hä, ich habe sie erwischt gerade. Bei mir sah es nicht so aus, mein Freund. Ja, toll. Jetzt ist eine andere Person da reingeschwungen. Das war lustig. Mann. Jetzt hast du sie erwischt, Kahn. Liegt deine Waffe jetzt irgendwo rum? Ja, unten. Ja, unten in der Lobby. Camp sie da? Äh, jein. Ich glaube, die wurde genommen. Ja, die wurde genommen. Eins in 500. Eins in 500. Boah, ey. Wenn wir sowas öffnen würden, das wäre natürlich krank. Oh, Danja mit der Etage sitzt. Oh, Danja. Es ist ein Eins versus Eins. Komm schon. Ihr macht das bitte nicht, Leute. So, wir machen das jetzt hier als Experiment, YouTube-Experiment, ha? Ihr macht das bitte nicht. Es ist genau wie bei Adobe. Ihr lässt das schön sein. Richtig. Wie jetzt ist es ein Eins versus Eins? Ja, Dusch gegen den Imposter. Ja, aber ich muss doch wissen, wo die Waffe ist. In der mittleren Etage, aber ich weiß nicht wo leider. Aber sie ist auch da irgendwo. Sie läuft hier rum. Ja, ich sehe es gerade. Sie wirft. Hier irgendwo ist es. Ich weiß aber nicht wo. Ja. Warte, ich guck mal noch, ob ich die irgendwie finde. Es könnte sein, dass die... Ja, ich glaube, im Flur. Ha, ha, ha! Wenn du die Treppen hochgehst, Danja, dann ist die da. Ey. Super, jetzt chillt die da oder was? Komm, komm, du schaffst das. Ey, in dieser Kiste, in dieser Kiste war gerade eins. Aber ich habe es nicht bekommen. Ich habe es nicht bekommen, Leute. Aber es war in dieser Kiste drin. Das ist ja krass. Das war so ein Schatten und darunter waren so die Fragezeichen. Aber ich habe durch die Umrisse gesehen, okay, das ist halt, das ist die. Ich will jetzt mein Glück aber auch, äh, ach, wenn ich will auch eine jetzt öffnen. Ich dachte gerade, wenn die drin ist, werde ich die safe bekommen, aber es war nicht so. So, ich will jetzt auch eine öffnen. Wie mache ich das jetzt? Claudio, find das mal heraus. Okay, ich packe jetzt aus. Ja. Hier kommt, ey. Ja gut. Ich habe es schön bekommen. Ich habe sie gerade gesehen, Danja. Ich habe Blatt bekommen. Oh, sie ist wieder drin. Sie ist wieder drin. Sie ist wieder hier. Sie ist wieder hier. Ja, aber welche ist das? Dann ist das dieser Spritze, spritzig oder wie es heißt? Nein, das ist, das siehst du nicht. Das wird hier nicht angezeigt. Siehst du links unter Legendary sind Fragezeichen. Das ist damit gemeint. Und das wird hier nicht aufgeführt. Ah, okay, krass. Und wenn, wenn sozusagen die Auswahl kommt, ähm, dann ist das so, äh, siehst du nur den Schatten und Fragezeichen. Aber das ist eine davon. Schon wieder schön. Die war jetzt schon dreimal in meiner Kiste, aber ich habe sie nicht bekommen. Macht aber schon Spaß, muss ich sagen. Ich, okay. Freunde, wie gesagt, nicht nachmachen. Zuschauen. Ja, ihr macht das bitte nicht. So, wir machen das für YouTube extra, damit ihr euch das anschauen könnt. So. Das ist Geldverschwendung. So was macht man nicht. Privat macht das bitte nicht. Lasst es sein. Aber ich habe auch schon vier Robux ausgegeben, ne? Also ich habe jetzt schon über, also ich habe über tausend Robux ausgegeben. Ja, das ist gut. Wir spielen auch. Keine Sorge. Wir spielen auch. Das ist jetzt meine letzte Kiste. Komm, dann reicht es auch. Oh, Graffiti. Die ist cool. Nein, ich hätte fast eine Biogun bekommen. Ah, ich bin tot. Okay, wer ist es dann, ja? Äh, so ein, heißen die Bacon Skin? Ja, ja. Also nicht die, ja, die Female Version davon sozusagen, die. Ja, okay. So, komm schon. Ich habe den Schatten, wir haben den zweimal jetzt gesehen. Das ist mir bisher gar nicht aufgefallen. Vielleicht habe ich das auch schon gehabt, aber das ist mir bisher gar nicht aufgefallen. So, wir haben jetzt gleich über 3000 Robux für Kisten ausgegeben. Eine Waffe zu bekommen, die so selten ist wie was weiß ich was. Du hast kein, du hast kein Skin. Wer? Danja. Wie meinst du, ich habe kein Skin? Wieder eine Waffe. Ja, cool. Ey, du hast auch den Clown Skin. Ich habe aber den auch genommen. Bin aber leider unschuldig. Hm, sad. Au, 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 au. Hier chillt jemand. Da mache ich mir. So, ich bin Sheriff. Ja, ich sage dir, wenn ich was sehe. Guck mal. Das Problem ist, die verhalten sich zwei Stück verdächtig. Ja, oder Danja ist es. Nee. Nee, ich glaube nicht. Danja hat relativ schnell gesagt, ich bin unschuldig. Unterstanden sie neben mir. Ja, aber es ist bisher... Oh, bei mir ist was passiert. Irgendwie, oberste Etage. Ja, ich bin gerade in der untersten Etage, also kann ich nicht sein. Kann ich, hör dich schießen. Was machst du denn da? Ja, ich versuche sie zu treffen. Ich glaube, sie ist es. Wer ist es? Ich, Claudio ist es. Nein, ich bin es nicht. Wirklich nicht. Wieso soll ich es sein? Du bist jetzt nicht auf mich. Du bist jetzt nicht auf mich. Ah, da, 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 da. Okay, okay. Ich sehe sie. Sie ist oben. Ah, die mit der kurzen Hose. Ich habe jetzt sie versteckt. Ja, ich habe sie. Starker. Sehr schön. Wuhu. Wenn ich jetzt nur noch den perfekten Skin für meine Waffe hätte, dann wäre es halt... Dann wäre es perfekt. Ich habe noch mal 1100 Diamanten und wir werden noch mal versuchen... Was? Du hast 1100 Diamanten? Das sind ja 1000 Robux. Es ist... Ich habe in diesem Video über 3000 Robux jetzt schon fast ausgegeben. Ja, moin. Ja, man macht es halt nicht. Ich weiß, ich bin dumm, aber ich will halt gucken, ob es wirklich funktioniert. Weil sie war jetzt schon ein paar Mal in der Kiste drin, aber ich verstehe halt nicht, wenn sie dann angezeigt wird, warum bekommt man sie dann nicht? Gute Frage. Das ist voll schade. Man sieht sie und dann denkt so, okay... Ja, das ist halt eine in 500 Kisten, Karan. Ja, aber ich hatte sie jetzt schon zweimal. Karan, soll ich deiner Frau sagen, wie viel du gerade ausgegeben hast? Ja, das ist YouTube. Das ist okay. Okay, ich habe nochmal eine Legendary bekommen. Ich glaube, es war erst das Adopt-Me-Video, Karan, wo du deine Frau veräppelt hast und gesagt hast, ja, du hast so und so viel Geld ausgegeben. Und sie war so geschockt. Ey, warum werde ich denn... Oh, ich wurde direkt erwischt. Draußen, oder? Nö, drin. Ich habe jetzt schon viele Waffen, muss ich sagen. Na gut, ich habe auch sehr viele. Man kann sie auch craften teilweise, diese Waffen. Dafür braucht man gewisse, keine Ahnung was. Ich finde, dass hier dieses Kisten-Aufmachen genauso nervig wie bei Rainbow Friends mit den Random-Kisten. Man kriegt immer nur das Gleiche. Behält man die Münzen nur, wenn man gewinnt, oder wie ist das? Oh, Impostos bei mir. Die sammelst du? Nö, die bleiben eigentlich bei dir. Damit kannst du ja auch Kisten kaufen. Ernst? Warte mal. Warte, warte, warte. Ja, ja, 1000 Münzen für eine Kiste. Boah, ich habe aber erst 443, das dauert ja ewig, oder? Das dauert schon. Man kann sich sogar Hosti holen, Karan. Komm, meine letzte Kiste für heute. Oh mein Gott, nein! Sie war hier drin, aber ich bin knapp vorbei. Das ist ärgerlich. Alter, die Person ist hier schon wieder, das kann nicht sein. Also, wir haben über 3000 Robux in diesem Video ausgegeben. Und die Waffe war zwar dreimal in der Kiste, aber sie war nicht da. Also, dementsprechend, lasst es sein. Es lohnt sich nicht, wenn ihr das spielen möchtet, macht es. Oder tauschen möchtet, macht es. Aber es lohnt sich einfach nicht. Die Wahrscheinlichkeit liegt bei 0,2%. Weil man tauschen kann. Also, lass es sein. Ich kann dir, wenn du willst, kann ich dir ein bisschen was geben. Ja, komm. Also, muss nicht viel, aber irgendwas, wie macht man das denn? Ja, ich habe vieles doppelt. Das ist wie bei Adopt Me. Ich habe das, das kann ich dir anbieten. Und das war schon. Nein, du brauchst mir nichts geben. Du brauchst mir nichts geben. Ja, das nehme ich an. Das ist Legendary. Dann kannst du das hier. Boah! Ich bin hier noch voll am Hasseln. Bist du noch dabei? Das ist eine Person, die fliegt einfach, ja. Karin, das reicht schon, das ist zu viel. Ja, alles gut. Ich habe, weißt du, wie viel ich jetzt habe? Ja, hast recht. Hä, was ist denn jetzt passiert? Was denn? Ich weiß nicht, ob die eine Person gerade rausgeschmissen wurde oder rausgeglitscht ist oder so. Ich habe voll das coole Schwert. Like, wo ist das? Nö, sie spielt zwei gegen eins. Sie ist in einem Raum. Oh, der Imposter hat sie jetzt. Oh. Hat sie? Daniel, du bist schon wieder im Finale. Oh. Der Imposter ist drin. Soll ich dir helfen? Ja, bitte. Ich muss ja die Waffe finden. Sie kommt, sie kommt, sie kommt. Vorsicht, Vorsicht, sie könnte von hier kommen. Okay, sie ist, äh, da, 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 vor dir. Vorsicht, sie wirft. Ich, pff. Sie war eben doch schon Imposter. Gewonnen. Wie ist sie bitte? Wie? Gewonnen. Wie, gewonnen. Bei mir steht, dass du noch weiterspielst. Bei mir steht Sieg. Ach so, die, äh, ja, Zeit war wahrscheinlich oben. Aha, stark, Daniel. Wow, Daniel ist ja richtig gut, Kahn. Äh, Daniel, ich habe ein paar Sachen zu viel, würde ich dir ganz gerne schenken. Oha. Okay. Einmal Handel annehmen. Aber Daniel hat auch voll das coole Schwert. Okay, ich gebe dir, guck mal, ich habe ein bisschen Legendary, habe ich auch noch, diese Waffe. Guck mal, ich habe das hier. Na, brauchst du, ich habe das schon. Brauchst du nicht. Und das? Na, alles brauchst du mir nicht. Ich habe, ich habe schon ein paar Sachen. Aber ich habe die mehrmals. War gut für mich. Ich habe die auch mehrmals. Aus dem Grund schenke ich dir die gerade. Okay, na gut. Dankeschön, Kahn. Bitteschön. Das war schon heute. Ich dachte wirklich jetzt, wo sie in der Kiste drin war. Okay, das wird es. Also Leute, ihr habt es gesehen. Wir haben, äh, also ich habe über 3000 Robux für Mystery Box 2 ausgegeben. Und es hat nicht geklappt. Leider. Aus dem Grund, äh, wenn ihr es traden könnt, dann tradet euch lieber hoch, würde ich sagen. Wie das Claudio bei Adopt Me macht. Ja. Und spielt einfach das Spiel. Hier könnt ihr ja dann Münzen sammeln. Ne? Aber natürlich ist Murder Miss. Oh, Claudio ist es dann ja. Echt jetzt? Ja. Nee, Quatsch. Und er sagt gar nichts. Kennst du dich denn hier aus, Claudio, in dem Spiel? Ja, ein bisschen. Also ich weiß erstmal, dass ich die Waffe werfen kann, aber... Ja, ich wurde erwischt. Ja, Claudio wurde erwischt. Mann, wie... Sehr gut. Let's go. Ist Capstock besser oder nicht? Eiskalt erwischt. Ah, ich habe eine Person erwischt, immerhin. Musst du dich schon ein bisschen besser anstellen. Aber du hast, äh, ein schönes Schwert oder ein Messer. Danke. Ja, guck, Daniel, wie findest du mein, äh, wie findest du mein Schwert? Sieht gut aus. Ja, dann sieht du auch gut aus. Hast du das doppelt? Nee. Das kostet Robux. Das ist das, was da an dem Dings ist. Ähm, also hier, warte, ich, ich, ich schick euch mal bei Discord die Seite, da könnt ihr sehen, was ist, äh, die Liste an, äh, Sachen, die noch rauskommen können. Karn, du bist ja richtig in dem Game drin, ey. Ja, ich hab halt ein bisschen geguckt, weil in den Kommentaren stand halt so, wenn ihr das mal entdecken würdet. Boah, das ist krass. Dann dachte ich so, hä? Aber die Sachen sehen auch stark aus, muss ich sagen, also alle von denen. Ja, auf jeden Fall. Die sehen wirklich sehr, sehr gut aus. Ich glaub, Danja ist es. Nee, ich bin's nicht. Ich hatte eine sehr hohe Chance, ich hatte eine 19% Chance und ist es trotzdem nicht geworden. Ja, doch, du bist es. Nein. Oh. Ah, du bist es nicht. Tja. Warum bin ich immer direkt beim Mörder? Also, ich sag's mal so, das war gerade einfach Karma, weil du mir nicht geglaubt hast. Das war jetzt einfach verdient. Weil du einfach die Möglichkeit, dass es irgendwer anders sein könnte, auch direkt außen vor gelassen hast. Ja, das stimmt. Wer ist es denn eigentlich? Ich weiß es nicht. Also, ich entdecke das Spiel gerade ganz neue Leute. Ja, ich merke es. Bald nicht mehr Dope-Hacks öffnen, sondern nur noch Dings öffnen. Ja, aber man kann durch die Waffen, die man hat, die kann man dann, auch wenn man die nicht haben möchte, die kann man dann craften und dann bekommt man diese Kristalle. Ja, das ist das Problem, wenn du mir solche Spiele zeigst, du weißt, wie ich anfällig bin für solche Spiele, wo man sammeln kann und sich hocharbeiten kann. Ey, warte mal, ich glaub, ich kann was Neues herstellen gleich. Das gibt's nicht. Guck mal, jetzt ist der schon gefangen, Daniel. Jetzt geht's los. Dann gibt's eine zufällige, ungewöhnliche Waffe, krieg ich dann. Jetzt krieg ich um drei Uhr nachts so Sachen von denen bekommen. Ich merk schon. Guck mal, was für eine krasse Waffe. Nein, voll nicht, aber ich glaub, das ist jetzt nicht so krass. Oh nein, man, hättet ihr mir nicht mal sagen können, dass es ... Was machst du denn die ganze Zeit? Ich weiß noch nicht, wer das ist. Wie geht das jetzt mit dem Craften? Du gehst auf Inventory und dann gehst du auf Herstellende Stationen rechts an sich. Und wenn du auf Rettung gehst und auf die Waffen, dann siehst du, ob die Scherben abwerfen oder nicht. Mögliche Belohnung, das geht nicht. Bei mir sind deine Crafting Station. Aber man kann nicht alles da drin craften, oder was? Ah, warte, jetzt kann ich was craften. Uh, ich habe Nacht. Ist die denn in der Box drin? Ich glaube aber nicht, oder? Ich frage für einen Freund, wie lange geht das hier noch? Läuft die Runde immer noch? Ja, die Runde läuft immer noch. Ich verstecke mich hier. Ich kann nicht mehr länger. Ich bin schon nervös. Wenn du bei 900 Punkten bist. Alter, davon braucht man ja auch voll viele, so diese Dinge. Game over steht jetzt hier. Ja, dann ist es vorbei. Wo ist denn jetzt diese Waffe, die ich jetzt gerade bekommen habe? Ja, wo ist sie denn? Achso, bei klassisch. Mann, der junge Mann redet immer noch über seine klassischen Sachen da. Tut mir leid, ich bin gerade voll gefangen. Ja. Also man kann, äh, hast gesehen dann ja, oder? Aber das ist mir irgendwie zu wenig, was da rauskommt. Und ich finde es auch doof, dass es nicht mit allen Waffen geht. Jetzt habe ich hier dreimal diese doofe Clownswaffe und dann kann ich damit gar nichts machen. Ja, verstehe ich auch nicht. Also ich glaube, so krass ist das dann nicht. Wie kann es denn sein, dass ich schon wieder unschuldig bin, Mann? Ja, ich auch die ganze Zeit. Was macht mehr Sinn? Sachen zu sammeln oder sich zu verstecken? Kahn, du bist auch ein Experte. Also, aber, ja, aber du sollst dich schon verstecken. Eine Münze bringt da fünf Experte. Nicht, nicht. Ich bin einfach direkt schon tot. Nicht, ich glaube, Münzen bringen gar nichts, ne? Ich glaube, ich habe den Sheriff. Ist es schon wieder dieselbe Person? Ich weiß es nicht. Ich gucke gerade mal. Äh, nee, es ist, äh, ich glaube, das ist die hier mit dieser, ja, die mit dieser Entenhose. Ja, die hat mich auch erwischt. Okay. Ist einfach zu mir gelaufen. Kann, siehst du im Gemeinschaftsraum, diesen großen Gemeinschaftsraum, passt bloß auf. Okay, alles klar. Ah, die spielen zusammen, guck mal, die ist an ihr vorbeigelaufen, was soll das denn? Und sie ist Sheriff. Das ist ja blöd. Ja, mich hat es auch erwischt, danke. Sie hat sogar, sie hat sogar, glaube ich, auf Türkisch gefragt, bist du Sheriff? Ah, okay. Aber nicht zu dir, zu der anderen Person. Ja, okay, ja. Okay, ich würde sagen, eine letzte Runde. Ah, sie lügt, sie schreibt, nein. Also das Experiment lohnt sich, äh, hat sich überhaupt nicht gelohnt. Oh, wir haben gewonnen. Finde ich gut. Ab in die letzte Runde. Ich würde sagen, äh, Workplace. Ich finde die furchtbar, Workplace ist doch übelst hässlich. Ja, dann lass ins Hotel. Ja, Workplace finde ich richtig blöd, weil man da auch nicht springen kann und so. Ja, okay, das respektiere ich, Danja. Es ist unfassbar. Claudio, Danja ist es. Nein, bin ich nicht. Ich versuche herauszufinden, wo man sich am besten verstecken kann. Oh, da hat jemand, oh, das ist ein bruttes Versteck. Ich habe es bei jemandem, ah. Wie kamst du denn jetzt direkt darauf, dass ich es sein soll? Du bist es. Ich bin es aber nicht. Doch, du bist es. Doch. Oh nein, Leute, ich bin festgepackt. Das heißt, wenn der Impostor mich jetzt erwischt, äh, hast du Pech. Ich bin zu 100 Prozent sicher, dass du es bist. Na, dann erschieß mich doch. Du es machst. Tu es. Das ist unfassbar. Du Verräter! Danja, er ist es. Bin ich nicht. Zerkan. Es ist schon ziemlich doof, wenn man selber so verbaut ist. Warum bist du denn zweimal Mörder? Es ist ja schon, es ist ja schon wirklich blöd, wenn man selber so verbaut ist, dass man jedes Mal daran stirbt. Ich war sowieso unschuldig. Also entspann dich. Ja, ich auch. Ja. Hä? Leute, während wir hier Claudio zuschauen bei seiner Runde, äh, habt ihr gesehen, über 3.000 Robux hat sich nicht gelohnt, macht es nicht, ähm, spielt oder handelt, ähm, es lohnt sich einfach nicht, sorry. Es ist einfach zu unwahrscheinlich. So, es ist okay, wenn man es hat, ich weiß das. Oha, und schön. Claudio wurde erwischt, aber es hat sich nicht gelohnt. Also, sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschöö. Tschöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Bis zum nächsten Mal.